Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibhaus Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung, heute wieder aus dem Hause Aquamedic. Es gibt was Neues, einen neuen Multireaktor, beziehungsweise überarbeiteten. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, der neue Multireaktor von Aquamedic, Version 2.0, beziehungsweise Generation 2, heißt also, das ist der überarbeitete Multireaktor. Es ist verbessert worden und was es im Endeffekt genau ist, schauen wir uns gleich an. Ja, ihr seht, das Ganze wird dementsprechend schön handlich verpackt geliefert. Wo ich ganz besonders darauf hinweisen möchte, ist hier dieses kleine Label hier vorne. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Die Firma Aquamedic hat sich dazu verpflichtet, kein Plastik mehr in die Verpackung reinzupacken. Also, Packing contains no Plastics. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Und so kommt das Ganze hier daher. Da haben wir einmal die Reaktorkammer, dann haben wir eine Aufhängung, die Pumpe, ein kleines Adapterstück und die schon von Aquamedic bekannten Netzteile in unterschiedlicher Ausführung, beziehungsweise mit unterschiedlichen Aufsätzen. Fangen wir mit denen mal an. Ihr seht, hier ist nirgendwo Plastik mehr drin. Das finde ich absolut genial. Das sind die verschiedenen Aufsätzen für die verschiedenen Länder, wo man das alles erwerben kann, beziehungsweise auch benutzen kann. Dann haben wir hier unseren Multi-Netzteil. Wir brauchen im Endeffekt den hier. Der wird einfach von hinten aufgeschoben, rastet ein, fertig. Sollte ich den wechseln wollen, drücke ich einfach hier hinten drauf, ziehe den raus und kann einen anderen Aufsatz drauf machen. Aber ich brauche den hier und den legen wir uns da so hin. Die, schön, dass wir sie haben, aber brauchen tun wir sie hier in Deutschland nicht. Ja, kommen wir zur Pumpe. Das Netzteil ist kein 220 Volt Netzteil mehr. Das sind 12 Volt. Somit haben wir hier auch eine 12 Volt Pumpe, Niedervolt Pumpe. Das ist schon mal sehr gut. 8 Watt Leistung hat sie. Lässt sich hier vorne mechanisch in der Leistung regeln. Das ist schon mal sehr schön. Beim öffnen ist mir aufgefallen, hier unten ist eine kleine Nase drin. Da gibt es einen kleinen Trick, um die Pumpe auseinander zu kriegen. Ihr müsst hier an der Seite, eine Seite öffnen, die andere und dann seht ihr, da kommt das schon so ein kleines bisschen. Also es muss versetzt werden. Leicht angehoben dabei und dann kann man die Pumpe auch schon auseinander nehmen. So, das ist die Abdeckkappe. Hier haben wir den Impeller, den wir rausnehmen können. Wir haben eine Metallachse drin. Beim Zusammensetzen wieder darauf achten, dass die genau das Gegenteil im Prinzip ist. Wir haben hier, bleibst du liegen, wir haben das hier so einzustellen, dass das Ganze nach unten kommt. Also sprich so und hier oben der Teil wird drüber gesetzt, dann lässt sich das am einfachsten zusammensetzen. Dann haben wir an der Seite Schienen. Da müssen wir drüber. Und dann ist das Ganze auch wieder leichtgängig. Da ist ein Anschlag drin für Minimum, Maximum. Und ja, hier haben wir das Adapterstück, was anschließend hier unten reinkommt. Das ist auch noch eine Sache, die verbessert wurde. Das ist jetzt entkoppelt. Das ist eine Gummipuffe rum, so dass die Vibration von der Pumpe nicht auf das Gehäuse übergeht. Die nächste Neuerung, die wir hier haben, ist, wir können hier einen Ring verschieben. Der Ring ist dafür da, dass wir hier drin den Wasserstand, also sprich in dieser Röhre den Wasserstand verändern können, damit das nicht so plätschert. Wenn wir den Durchfluss auf Maximum stellen und haben ein Medium, was nicht so sehr abbremst oder die Leistung runter nimmt, dann kann es schon mal sein, dass es relativ plätschert hier. Dann kann ich mit diesen Ringen hier hingehen und die Löcher hier vorne dann dementsprechend auf und zu machen. Kommen wir zum eigentlichen Körper. Das ist ja hier ein Filter, den kann ich eigentlich überall einsetzen, weil das nicht nur außen dran vorbeiläuft. Nein, es läuft nicht außen dran vorbei, sondern innen. Ja, also wir haben einen Innenbereich. Das Wasser steigt innen hoch, geht hier oben durch die Löcher und läuft dann an dem zweiten Zylinder wieder runter. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache, bringt nicht so viel Luftfeuchtigkeit ins Technikbecken. So, dann haben wir hier die Filterkammer. Bei der ist es jetzt auch geändert worden. Man kann jetzt zwei Medien übereinander setzen. So, ich kann einmal hier unten aufmachen. Dann kann ich mir die rausnehmen. Der sollte dazwischen sein, weil das ist die Abgrenzung zum oberen Bereich. Dann kann ich die hier unten befüllen, packe mir meinen hier da rein und habe dann die untere Kammer befüllt. Bei der oberen Kammer gehe ich im Endeffekt hin. Das ist ein bisschen straffer. Das ist auch ganz wichtig. Das sage ich euch gleich auch warum. Und kann das dementsprechend so rausnehmen. Das Schwämmchen sollte beim Befüllen oben sein. Dann kann ich das hier seitlich stellen, die obere Kammer befüllen und dann so runterfüllen. Und wieder ganz wichtig, dass das Ganze hier oben richtig bis an den Anschlag zugedrückt wird, damit das auch dann wieder, wenn ich es einsetze, schön plan oben ist und auch noch zusätzlich abdichtet. Ja, dann haben wir noch diesen Ring. Übrigens diese Befestigung hier. Der ist dafür gedacht, entweder im Technikbecken, also ich könnte normalerweise hingehen. Hier sind Saugnäpfe unten dran und das Ganze freistehend so ins Technikbecken reinstellen. Ich kann es aber auch, ich sage mal, nochmal entkoppeln, indem ich halt hingehe und das Ganze vom Technikbeckenboden abhebe und den Ring dann dementsprechend draufsetze. draufsetze, machen wir jetzt mal so. Die Pumpe unten anders setzen und kann dann dementsprechend das Ganze vom Technikbeckenboden unten abheben. Wäre eine Variante. Aber genauso kann man den mit diesem Halter hier auch oben im Hauptbecken selber einsetzen. Da wir, wir haben hier einen extremen Schutz, also da passiert also nichts. Sollte, ist halt bloß, ja im Endeffekt, sieht es nicht ganz so schön aus, wenn man sowas oben einsetzt. Also ich, ist meine persönliche Meinung. Machen kann man es, wenn man kein Technikbecken hat, kann man sich die Variante ohne Probleme oben reinhängen oder halt ins Technikbecken. Kleinigkeit, die mir noch durch die Lappen gegangen ist gerade eben, wir müssen natürlich nicht hingehen und das im Zweikammersystem betreiben. Es ist auch möglich, hier oben die obere Kammer zu entfernen. Da gehe ich einfach hin und ziehe es ab und schon kann ich hier eine größere Füllmenge von einem Medium reinpacken. Das ist möglich. So werde ich das Gerät auch betreiben, weil ich momentan auch nur Aktivkohle einsetze und unten im Projektbecken halt momentan noch nichts anderes brauche. Ich würde sagen, ich befülle das Ganze mal und wir sehen uns dann am Projektbecken wieder. So, ich habe das Ganze jetzt mal installiert und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich eben auch nicht erwähnt habe. Ihr seht ja hier unten habe ich die Verstellung der Pumpe, die ich mechanisch einregeln kann. Ist natürlich lästig, wenn man immer drangreifen muss, um da dran zu kommen. Und wenn ich das Ganze jetzt mal hier rausziehe und den Ring nach oben packe, seht ihr hier unten, ich drehe das mal, da ist eine Aufnahme drin. Und das entsprechende Gegenstück sitzt in der ersten Hülle drin. So, jetzt kann ich durch Drehen mehr oder weniger die Intensität bzw. die Durchflussgeschwindigkeit hier einstellen. Aber kommen wir erstmal dazu, wie es eigentlich sein sollte. So, alle drei Löcher sind offen und wir schauen mal, wie ich es da eingestellt habe. Aber ich habe es ja unten auf Volllast und was ich auch noch nicht gezeigt habe bzw. nicht direkt erwähnt habe. Wir haben zwei Stecker, also sprich der Motor und das Netzteil sind voneinander getrennt. Ich kann also hier meinen entsprechenden Strom an- und ausmachen, ohne jetzt an meine Steckerleiste zu gehen. Wir schalten es mal ein und gucken, was passiert. Und ihr seht, es wird ziemlich gut durchgewirbelt. Wir haben eine extrem hohe Bewegung drin. Und wie gesagt, damit das Ganze jetzt nicht zu sehr bewegt wird, brauche ich einfach nur hier oben dran zu drehen. Ihr seht, darüber kann ich den Durchfluss regulieren, der durch die Röhre geht. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, wie ihr hört, dass es plätschert. Bei einem hohen Durchfluss hat es nicht geplätschert. Und jetzt können wir hingehen und können hier die entsprechenden Ringe schließen. Der Wasserstand steigt. Und je höher der Wasserstand kommt, das zu ruhiger wird. Drehe ich jetzt natürlich wieder an dem Rad hier oben, habe ich einen wahrscheinlich höheren, gerade einen geringeren Durchfluss, um das abzuschirmen. Wenn ich jetzt natürlich zu viel habe, geht es mir oben drüber. Ihr seht, dann läuft es oben drüber. Dann musst du darauf aufpassen. Also den Ring hier unten dementsprechend nach der momentanen Höhe einrichten. So, ich setze das Ganze mal runter. So habe ich den hier eigentlich verbaut. Und jetzt muss ich mal kurz den Durchfluss ein kleines bisschen ändern. Ganz, ganz wenig bewegt. Das wäre die Einstellung, so wie ich es im Moment benutze. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt. Ich schalte das Ganze mal ab. Ich habe hier noch die zweite Kammer. Das zeige ich euch auch mal eben kurz, wie das geht. Damit man das auch in Aktion sieht. Leider muss ich hier dafür die Halterung hier festmachen, weil das Technikbecken hier relativ klein ist, beziehungsweise nicht so hoch. Aber ihr seht, ich kann das hier ohne Probleme rausziehen. Der Motor bleibt drin. Kabelverlauf, der jetzt auch von mir noch nicht 100% hergestellt ist, bleibt bestehen. So, dann machen wir das Röhrchen mal auf. Bringen hier die zweite drauf. Gut verbinden. Den Schwamm nach oben, das ist wichtig. Und dann kann ich jetzt hier hingehen und die obere Kammer befüllen. Na, da passt noch ein bisschen was rein. So. Und wichtig, nicht nur leicht andrücken, sondern komplett zudrücken. Dass die Kammern auch geschlossen sind. So, jetzt setze ich das Ganze wieder ein. Ihr seht, hier oben schön sauber zu. So. Dann gucken wir mal, wie die Einstellung ist, die ich eben gemacht habe. Wie gesagt, den Durchfluss können wir regeln. Ihr seht, es ist zu viel. Es bewegt sich zu viel. Und ich kann jetzt hier oben den Durchfluss regeln. durch leichtes Drehen. So, dass es so ist, wie ich das haben möchte. Dass es sich nach Möglichkeit nicht bewegt. Und wenn ich einen Durchfluss habe, dann gehe ich hin und regle meinen Ring so hoch, dass ich hier eine geringe Fallhöhe habe. So wenig wie möglich. Ich mache mal den Abschirmer aus. Ich müsste jetzt noch die Hauptpumpe ausmachen dafür. Das kleine Plätschern kommt von meinem Becken an sich. Aber der Wirbelbettfilter, ich mache ihn jetzt mal aus. Also es plätschert immer noch weiter, das ist mein Becken also. Läuft an. Vollkommen geräuschlos. Super Sache, muss ich sagen. Gefällt mir so, wie es aufgebaut ist. Dass es einfach zu regeln ist. Wie gesagt, schaut es an. Wenn ich das will, kann ich da unten richtig Gas geben. Ich muss natürlich, wie gesagt, den unteren Ring nachjustieren. Ja, alles in allem sehr gelungen. Ja Leute, ich würde mal sagen, Aquamedic ist hier ein gutes Upgrade des bestehenden Systems gelungen. Der tut das, was er soll. Der tut das, was angedroht wurde. Er ist nämlich ultra leise. Also er ist definitiv nicht zu hören. Er ist überall einsetzbar im normalen Becken, im Technikbecken. Und ja, die Upgrades zeige ich euch jetzt nochmal. Wir haben einmal, wie gesagt, die Entkopplung des Motors. Sodass er vom Gehäuse, dieses Brummen auf das Gehäuse nicht übertragen kann. Obwohl, das ist ein 12 Volt Motor. Der hat sowieso schon so gut wie keinen Brummen. Aber wenn man das Ganze dann halt noch komplett entkoppelt, ist es so wie jetzt. Man hört es nicht. Dann können wir den Wasserstand regulieren in den Zwischenröhren. Das heißt, je nachdem, wie ich ihn einsetze, habe ich euch ja auch gezeigt. Bei den unterschiedlichen Fallhöhen kannst du das schon mal ein bisschen plätschern. Das können wir jetzt mit dem Ring entgegensteuern. Und bei den Versionen M und L, genau, kann ich halt die zweite Kammer noch mit einsetzen. Alles in allem würde ich mal sagen, spielt uns als Aquarianer das Ganze gut in die Hände. Preistechnisch liegen die auch, ich sage jetzt mal, im vernünftigen Bereich. Die kleinste Variante ist momentan preistechnisch, glaube ich, bei 80 Euro, 80 oder 90 Euro. Und die größte Variante L liegt, glaube ich, bei 180 Euro. Wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. An dem Preisgefüge kann sich natürlich dementsprechend schon mal was tun. Ja, alles in allem würde ich mal sagen, ich halte das Ding weiter im Auge. Ihr könnt es verfolgen bei mir im Projekt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Livestream oder was auch immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Weihau. Ciao. Bis zum nächsten Mal.